So, herren Willkommen zum nächsten Life of End Let's Play. Ähm, ja, wir sind jetzt auf dem Weg, gerade die Löffel zu werden. Ich denke, hier sollten die meisten Mops sein. So, er kriegt die Drops, das war abgemacht, genau. Naja, wir werden gleich alle spoilern. So, was sind wir? Ja, genau, Rage ist immer. Ich habe vor allem in der ganzen Zeit, dass ich gleich kann in den EXP-Kriegen oder so. Das wäre also gut. Oh, das ist sogar Lord Buff. Ach ne, der hat wahrscheinlich diesen komischen Kluak, oder ja. In-Kluak? Ja. Bildposter mit in-Kluak. Ähm. In-Kluak mit Bildposter. Ha. Okay, muss ich ja verstehen. Aber... Okay. Oh, nein. I just didn't. So. Ich wovere insane Sex-Kluak. So, schön, kann man irgendwie wieder zum-owany-Damage machen. Und er hat mir wirklich nicht mehr gebraucht. Ich glaube auch schon so. Das kurzer ist keinesses im Grunde. Das kurzer ist ein Ulrike. Hä? Halt mich an. Hä? What? Gibt es nicht irgendwie Andre Aue, oder? Ah, das ist Andre Aue, egal. Ja, ich habe immer das Laufzeichen. Sonst hast du alles gekriegt, ich weiß gar nicht. Mal gucken, wahrscheinlich kriegt man einen Astrier, saufel Geld drops. So, Ringmaster, mal kurz hier aufdrehen. Ringmaster! Yay! Jetzt haben wir zwei Astrier, das ist wohl wieder so sinnlos. So, Ringmaster holen wir gleich wieder. Fällt bestimmt gar nicht auf. Das heißt, wir können ihn ein bisschen unterstützen. Okay, ja, also drei AOEs, Ranger, beste AOE-Glass oder so. Stimmt, warten wir mal, dann später. Wie viel? Wie viel? Wie weit gehst du? Vor 15, oder? 5229. Ich habe Ranger gemacht, weil ich dann mit AOE-Level... Na gut. Ich meine... Nicht richtig. 6 geskillt. So. Hier nochmal direkt buffen. 6 minuten 20. Ja, ist machbar. 6 minuten 20. Ja, ist machbar. Also, das Läufe ist eigentlich schon mal ganz schläger, also... Ja. Ja, das Läufe ist so schnell. Ja, das können wir auch nochmal skillen. So, dann hau den Mox gleich weg wie Schnitzel. Eis AOE... Na, was ist das? Ja, lauf. Na gut. Ein Winter AOE wäre geil. Wie scheint gegen den Mox eigentlich? Ich sehe es gar nicht mehr. Oh, ist eine AOE. Jetzt ist 13%. Na gut. Das kann sein. Da hat er vielleicht recht. So. Beziehungsweise sonst noch nicht. Ich glaube, es gibt sonst gar keine Dinger mehr. Na gut. Als ob die hier getankt werden, ist eigentlich auch ganz chillig, also... Mal noch so lange die Amplis gehen. Das heißt, 14 mal in... Mache ich 2, 10 Minuten Folgen. Mal 4 Folgen. Kann ich auch mal nach der Arbeit auch mal ein bisschen was uploaden und... Ohne aufnehmen und ohne rennen. Na gut, rennen muss ich ja trotzdem irgendwann. Nein, geil. Hier gibt es noch eine Guardian Box. Und Guardian Staffler diesmal. Wäre jetzt... Gut, das kann man jetzt kaum wo langen, aber... Wäre jetzt gerade ein Ding gewesen, ein... Guardian Stick dann. Wäre es auch noch richtig geil gewesen, aber... Das wäre jetzt übertrieben für den Lack. Das wäre jetzt übertrieben für den Lack. Das wäre jetzt übertrieben für den Lack. Klar, kriegen jetzt halt klar kein Money. Das ist schade. Aber... Ansonsten... Naja... Nicht so tragisch, also... Na gut. Dann... Das nächste Astrietecke müssen wir schauen, wie wir es kaufen. In welchem Geld. Hm. Naja, schauen wir einfach. Vielleicht er wird bis dahin auch schon mal meinen Kloak oder meine Kloaks. Dann kann ich ja zumindest da schon mal... Äh... Ein bisschen... Upschraben. Danke. Ah, eine mit Ranger-Awing ist echt ganz schillig ja, 63, was 64, so, 88% Attack-Speed, ups, Ringmaster, 61, genau, nicht schlecht mit nächsten Level abwenden wir 65 und mit nächsten AOE, sagen wir so Fast-Shot, ja, gut, okay, dann kann man ja auch wieder ganz gut Increased Bow, Attack-Damage und Critical-Damage Gut, aber was ist das verändert, oder? Duration 50 Sekunden, cool, dann 45, naja, gut Bei 20k, 20k, gegen 20k mehr Resistance, okay 20.000, oder wie? Okay, neu Der hat irgendwie die ganzen Skills verändert und auch die Skill-Beschreibung und alles Ganz gut eigentlich 3,7k Damage mit dem Ice AOE Holy Moly Savvy-Gare-XP-Kriegt Schöne 161 decks Ja, klar So, ich will so eine Folge schnell Off-Screen aufnehmen, deshalb mit einer Böse Aber 10 Minuten muss ich schnell machen Und ja, soweit, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten LP Und ja, hier So, ich will so eine Folge